und damit herzlich willkommen zum zweiten part von let's talk fragen info videos so ich habe mal video nachgedacht und ordentlich was zusammengekratzt an infos also dies und das für die dies wissen wollen fangen wir doch mit dem an ihr wisst ja zu jedem netzplay mache ich ja ankündigung trailer und einführung vorher so das wäre aber viel zu kompliziert das immer im gleichen atemzug zu nennen sage ich mal so also immer die ganze zeit ankündigung trailer und einführung ich nenne das ganze jetzt in zukunft a te paket also dachte ich mir jetzt ihr könnt mir auch gerne schreiben wie ihr es gerne nennen wollt ich nenne es jetzt erstmal so es wäre sonst auch viel zu doof die ganze zeit das zu nennen a te paket nenne ich das so und jetzt kommen wir zu etwas wichtigerem das geht um die bildschirmaufnahmen ihr seht ihr jetzt gerade ich nehme den oberen bildschirm auf ist ja auch viel wichtiger bei dritten quiz 9 allerdings wie ihr ja bereits wisst es wird auch bald schon der erste part kommt wo ich auch ganz bildschirm nehme ich habe jetzt erstmal nur bis jetzt im moment nur zwei wird schlimmer zur gleichen zeit schon ne nur ist es auf jeden fall nicht ja und das wird sich ändern aber wie soll soll es so aussehen und wie findet ihr es eigentlich ist das so gut für euch also im vergleich jetzt mit diesem netzplay hier könnt ihr es ja genauer sehen es wird ja auch enger werden im ganzen kitchen der komm sprechen jedenfalls es wird auch für die anderen netzplays gelten wahrscheinlich für golden sun 3 vor allen dingen da wird es nur ein bildschirm sein aber aber bei boss kämpfen da werde ich immer den ganzen bildschirm aufnehmen nur dass ihr es wisst so ein thema habe ich noch ja das ist was schönes ihr werdet es ja jetzt wissen also heute sind ja schon äh mist heute sind ja schon zwei parts von alter von mist das geht euch heute in die hose genau heute sind ja schon zwei parts von dragon quest 9 rausgekommen und das wird jetzt auch in zukunft zu sein also insgesamt zwei parts immer pro tag egal von welchem netzplay verwandlung jetzt ich weiß jetzt nicht ob ihr volo wizard lp kennt der macht das auch immer so ich hoffe du hältst jetzt bitte noch lange an das war eben ja richtig scheiße oh gott der überhitzt gleich ja super sechster platz das war auch richtig scheiße pech sei es drum ich habe meine infos rausgebracht das wolltet ihr alles wissen also ich hoffe mal denke ich einfach eine schönere musik dazu als jetzt es gibt ja trotzdem plus punkte also das war's zu diesem zweiten part bis zum nächsten bis dann und auf wiedersehen bis dann